Die einfach nicht kapiert, die guckt natürlich nur, was denken die Leute über meinen Bruder, was denken die Leute über seine Frau, über seine Kinder, aber diese Leute haben mindestens genauso viel, wenn sogar noch mehr Probleme. Was mich so an unserer Mentalität einfach stört, ist einfach so dieses, wie wirken wir auf andere? Dieses Problem, was ich jetzt habe, sehen ja auch andere, kriegen andere mit und dann werden wir praktisch so die Lachnummer in der Gegend. Und das ist so eine Sache, das interessiert mich gar nicht. Ich habe mich von diesen Gedankenzügen einfach schon längst befreit und mich juckt das einfach gar nicht. Das Ding ist aber, dass es meine Familie sehr gejuckt hat. Also das ist eine Sache, die, womit ich zwar klar kam, dass andere um mich scheiße reden und ich kam damit klar, dass andere sich gefreut haben, dass meine Beziehung einmal war, aber meine Familie kam damit nicht klar. Und dadurch, dass ich auch von ihnen abhängig war und ich musste irgendwie mit meinem Bruder auf einen Kompromiss kommen, also habe ich dann erst mal meine Meinung.